Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge ARK, weil mir die zweite Folge bei Dennis, glaube ich, äh, keine Ahnung, 23. 21. 21. Ne, 20. Art war das ja eben, die war ja dann und 2 gecuttet, also dann müsste das jetzt... 22. Ja klar, du hast ja. Ja, okay. Mit Dennis K., also mit dem anderen Dennis, ich bin ja auch Dennis, dann mit Sven und mit Lukas. Und dann war's das auch komplett. Ich wiegel vor meiner Facecam hier unbewusst rum, weil ich nicht daran gewöhnt bin, dass die direkt rechts neben mir steht. Und wir können jetzt auch reden, ja. Ich hoffe, du hast jetzt einmal gewunken der Nation. Guten Tag. Also, das finde ich bei so einer Facecam sehr wichtig, dass man da einmal winkt, ne? Mach ich. Na denn. Okay, also, bauen wir mal unsere Konzesse im Schloss weiter, was eigentlich immer noch keins ist, sondern eher aussieht wie eine Arena. Die Arena des Todes, das ist doch klar. Hast du eben auch schon erwähnt. Ach, jetzt fällt mir auf, mein Fenster ist noch offen. Bobby! Was ist mit deinem Blutdruck? Ja, ich weiß nicht, was Lukas da macht. Sieht sehr interessant aus. Er entdingst dich. Na, bin ich ja. So. Und jetzt machen wir einmal hier, bitte, machen wir jetzt auf dieser Seite mal meine Prinzessin in den Schloss. Auf der anderen Seite könnt ihr bauen, was ihr wollt. Los. Da bist du. Bei mir lägts grad voll. Ah, jetzt vorbei. Bei dem Pinsel im Gesicht hast. Alter. Nick gegen Pinsel im Gesicht, ja. Oh, jetzt geht's auch wieder. Na, wenn's ein fremder Pinsel ist... Nee, das ist... Oh, Bronto Level 64, den lass ich mal die Weine... Was ist denn jetzt hier los? Was machst du denn? Das lag grad voll. Na, okay, jetzt geht's wieder. Hier. Lukas, ähm, ähm, als Cementpaste? Hm, wie mach ich das denn? Mach ich hier erstmal den Anleger... Den Anleger auf der Seite oder auf der? Eigentlich wäre das so besser. Das kann ich jetzt heiß, dass ich bauen will. Schüss mal so. Zwein... 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 Ah... Hier ist du Wut holen. Nee. Lukas? Nein, Lukas macht... Dings. Lukas, du bist glaub ich noch gemutet. Lukas macht Cementpaste. Ja, ist nicht gemutet. Er redet noch nicht, glaub ich, oder? Ich war gemutet. Ah... Nichts bald. Und ich hab auch nichts gesagt in der Zeit. Alles gut. Jo... Das ist okay. Hast du vielleicht mal Hallo gesagt? Zementpaste macht er doch. Ja, genau. Ja, schrei doch nicht so rum. Ich schrei nicht. Liegt nicht so wohl doch. Wir brauchen noch 18 und wir haben hier noch... Nix. Okay, da brauch ich noch ein bisschen was. Alles klar, was macht ihr denn da wieder? Lukas, was machst du da? Schildkröten töten. Ja, man merkt's. Warum? Warum? Das macht man so. Jetzt kommt's. To hit, my friend. So ein Abstarber. Mal erstmal Level ab. Guck mal, das ist doch hier. Ja, du baust deine Hälfte, ich baue meine Hälfte. Ist schon gut. Ja, ja, ist klar, dass ich wieder die mit der schlechten Aussicht kriege, ne? Schein soll ich schon wieder. Hä? Gegen die Wand? Das ist doch voll cool. Du hast... Läuft gerne gegen die Wand. Ja, gucken wir's für Wasser. Ja, ja, da ist ja auch ein Berg. Ich wag ja auch Berge. Ja, du willst ja viel Urlaub für die Berge. Ja, mach ich ja auch. Lebst du auch in den Bergen? Ne, da ist kein Berg. Ihr könnt mich gerne mal da besuchen kommen. Baut Ben auch schon wieder seinen eigenen Haus? Ja. Nein, der baut nur in unserem Haus dann eigentlich nichts. Bei uns ist das etwas komplizierter. Aber guck mal, das sieht doch besser aus, oder nicht? Also als das, was du da baust. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Das sieht aus, als wenn du eine Arena baust. Lukas! Deine Maus ist so laut. Und du selbst auch. Aber ehrlich gesagt, du störst vermehrt dich mit Lukas und Maus, weil ich die ganze Crafting und was ich fast für Soundeffekte von Ingame hab. Deswegen. Also möchtest du sagen, du machst mehr als wir, ja? Nein. Ich hab auch den Mund gewollt. Ich hör' ich alle, ich hör' ich alle doppelt. Das ist total scheiße. Obwohl. Ich hör' keinen doppelt. Ach so, äh Sven, ich sehe deinen Adler, ne? Ja, war ich grad nicht. Wo wäre er denn gewesen? Vor allem im Strand. Ist das Sven's Adler, den ich hatte, oder was? Ja, du solltest auch meinen eigentlich nehmen. Bitte, bitte. Sven findet das okay und du nervst mich die ganze Zeit. Wieso soll ich da freiwillig deinen Adler nehmen? Ja. Oh, beim Aufnahmen enden willst du dann bitte zurück. Ja. Ja. Oh, ja. Ich dachte, das Spiel friert erstmal vor uns ein. Ach, das dachte schon. Ja, und wenn der Fountain weg ist, dann ist es beunruhend. Ja. Vor allem, wenn man weiß, dass ein Adler kommt, dann abstimmt. Ja. So, ich hab' jetzt erstmal genug Keratin und ich möchte nicht, dass ihr irgendwie zu viel verbaut. Bitte? Komm' nach Hause, dann klär' mal das. Ja, du bist, ey, Dennis, du bist aber schon laut. Ich bin laut? Okay, dann bist du besser? Ja, so ist schon besser. Ja, du bist viel zu leid, mir wackelt alles in der Tonlautsch. Ja. Bei mir? Mhm. Also bei mir ist alles eigentlich gut. Also bei meiner Lautstärksten passt das daran, dass ich die ganze Zeit ein bisschen näher am Mikro bin. Oder müsst ihr mir einfach sagen, wenn ich zu laut oder zu leise bin, dann geh' ich näher oder weniger weiter weg ans Mikro. Ne, das geht, fäng' nicht. Da ist der. Da kommt der Scheiße-Hai. Da kommt die Doppeltöre, ey. Da kommt die Hai. Na, was macht der Hai so? We are flying high. Ha, ha. Will ich dir mal Hallo sagen? Ne. Ich weiß nicht, wer den Trick kennt, aber wenn man es unter der Wasseroberflecke ist, dann setzt sich der Effekt nicht ein, dass man unter Wasser diese Blur hat. Dann sieht man das nicht. Und ich war ja auch schon ein bisschen aktiv. Ich weiß auch, wieso das so ist. Aber ist ja zu erklären. Also es gibt einmal quasi das grafische Element des Wassers und einmal dieses, was man wirklich spült. Also was dann würde sich zum Beispiel diesen Effekt verursachen. Und das ist nicht ganz synchron. Also muss man dann, deswegen, müsste man das theoretisch ein bisschen höher machen. Das eine. Aber da kommt ja keiner drauf. Wieso hast du das jetzt rausgefunden? Na ja. Vielleicht sieht's. Vielleicht sieht die... Die Textur falsch. Das ist keine Textur, das ist so ein großer Kasten quasi. Und da. Bleibe die ganzen Markeen. Ich möchte es so sagen, dass Ark eine viereckige Bild ist. Das ist auch ein schönes Bild hier. Lukas hat nur ein halbes Bein. Na normal. Guckt sich an der Hand. Dennis guckt sich an der Hand. Was macht denn unser Holz eigentlich? Wir hatten nicht das Fiber da rausgenommen. Ich. Und ich würde... Soll ich was holen gehen? Ich hab aber kein Ding. Ich hasse dieses Deutsch. Das muss ich mal wieder auf Englisch stellen. Oh, jetzt fehlt noch zwei Sementing-Paste. Also. Zwei Stück. Für was? Tastcraften gehen. Tastcraften gehen. Tastcraften gehen. Tieren. So. Endlich. Okay. So. Ich mach jetzt mal einen Beiber-Settel. Ey. Mach schon mal Beiber. Beiber, 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 Beiber. Dr. Beiber. Ach. Warte mal. Stop all. Equip saddle to ride. Warte, 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 warte. Der ist Ha... 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 Ich möchte mal kurz in so Smithy gucken. Ha... 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 im Prinzip nur ein kleineres mit einer größeren Plattform von seinem Rückwärtsgang der Rückwärtsgang hat das kleine auch vor was läufst du denn du schon wieder weg? Wir haben einen zweiten Biber gefunden und gegen den hab ich auch gleich gekämpft hast du ihn echt angegriffen? nicht direkt nicht direkt alles klar also ich sag das war ein Ja er hat mich provoziert genau genau er hat mich einfach... er hat so geguckt ne und dann hat er mir seine Zähne gezeigt und ne also bitte der wohnt unter unserem Haus ja also Biber ist nicht so... dann solltest du dich nicht anlegen so die Gangster aber gut, ich bin jetzt auch schon Level 50 also welcher seid ihr eigentlich? naja, so ein Biber Level 1 der kann auch ein Level 50 umbringen das geht ganz schnell so dann geht den einfach um ja geht gleich los vor allem wenn man nicht einparken kann so perfekt so give me your 1000 2000 3000 aber irgendwas 4-2 brauch ich noch ey ich hab 3000 nein warte NEIN hab ich abgestiegen hab ich 1000 2000 3000 ähm 3000 4000 4000 4200 äh Holz mitgebracht er frisst holz er frisst holz er frisst holz äh wo bist du denn unter unserem Haus tu nix rein ich komm vorbei ja komm ich komm raus der wird dich freuen der wird dich freuen hier ist er komm ich hüpfe ich hüpfe wo bist du denn Lukas jetzt dringel dich nicht wieder vor so da da rein da rein da 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 kommen wir doch nach an hier hier natürlich ist er лю kennel 32 ok ich glaub damit hat JUSTONIN der von ranke genommen hat wohl gerade verkauft mal einen guck wie das da ist äh ähm da war der Drop Ja, hol mal. Ja, hol mal, du bist gut, da sind Haie. Die stehen nicht so an, die sind geblendet. Die sind geblendet von deiner Denissenhaft. Denissenhaft? Ja. Prinzessinnenhaft. Hallo, kann sich einer um den Biber kümmern? Ja, du. Was mach ich damit? Das ist mein Druck hier im Wasser. Ich such gerade unsere Narkotik, wo sind die? Ich such gerade unsere Narkotik, wo sind die? Weil das sieht ziemlich geil aus von hier. Oder links ist das hier auch geil aus. Guck, ich hör mal vorbei. Einfach mal die Map mal ein bisschen erkunden. Jo, mach dit. Solange du spät drauf gehst. Ich weiß nicht, ob Sven und du was da auch schon vorhin erzählt hast, Dennis. Was denn jetzt genau? In den Battle. Joa, müssen wir mal schauen. Du brauchst jetzt hier den Zuschauern nix verraten, bevor es steht. Ach ja, bis diese Folge online kommt das dort so gut. Wir müssen erst die Arena fertig machen. Genau. Ne, also. Ne, ne, ne. Zählst du jetzt nicht? Ne. Ja, ja, klar. Zeig deinen Zuschauern mal. Wer schießt hier schon wieder? Ja. Ah ja, die Insel hier ist auch schön mit ordentlich Skorpion und Kanus und Säbelzahntigan und Kanus. Lukas. Und Säbelzahntigan. Fangen wir zu den Kanus, Säbelzahntigan, Säbelzahntigan, Kanu, Säbelzahntigan, Skorpion. Und bring mal alles mit. Ne, mitbringen brauchst du es nicht. Hä? Ne, auch was hinterher fliegt hier. Wir brauchen doch nur Keratin. Ach so, ja im Moment nicht, aber generell ja. Ja. Hier unserem Viech geht's komisch. Warum? Er guckt schon so.